Jackson ist zusammengebrochen auf einer Bühne in New York bei den Proben zu einer Fernsehshow. Heute im Laufe des Tages lief diese Nachricht fast überall auf der Welt rauf und runter. Frank Kohls, Sophia Oppermann und Barbara Koch fassen die Ereignisse zusammen. In diesem Notarztwagen wird Jacko in Windeseile zum Krankenhaus gefahren. Nur wenige Minuten nachdem er auf der Bühne eines Broadway-Theaters zusammengebrochen war, wird er in die Notaufnahme eingeliefert. Sie haben ihn in den Wagen geschoben, sind zusammen mit der Polizei schnell weggefahren. Die Straßen hatten sie auch gesperrt. Ich habe gehört, dass er schon seit einer Woche krank ist. Das ist bestimmt kein Werbegag. Diese beiden Sanitäter behandeln Jackson als Erste. Als sie gerufen werden, heißt es, Jacko habe einen Herzinfarkt gehabt. Ärzte in aller Welt sind sicher, Michael Jackson hat seinem Körper zu viel zugemutet. Dr. Jörg Tingelhoff kennt solche Fälle. Er weiß, was mit Jacksons Körper passiert ist. Häufig geht es einher mit einer Unterzuckerung, dass man also zu wenig gegessen und zu wenig getrunken hat. Und dann kommt der Stress hinzu und die Aufregung, die so eine Bühnenarbeit macht. Es kann also sein, dass alle Dinge zusammenkommen und dass dann tatsächlich daraus eine dramatische Aktion sich entwickelt. Als Michaels Schwester Janet Jackson von seinem dramatischen Kollaps erfährt, als sie sofort in die Klinik will bei ihrem Bruder sein. Währenddessen bekommen seine Fans am New Yorker Times Square per Leuchtschrift die neuesten Informationen über seinen Zustand. Eigentlich sollte Michael einen Musikpreis verliehen bekommen. Unglücklicherweise ist Michael nicht bei uns. Wir haben gerade erfahren, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert worden ist. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung von uns allen und nehme seinen Preis entgegen. Jacksons Karriere ist von Krankheit gezeichnet. In Singapur musste er 1993 ein Konzert abbrechen. Auf offener Bühne sackte er zusammen. Die Symptome waren die gleichen wie diesmal. Wenig später ein Krankenhausaufenthalt in einer Londoner Spezialklinik. Jacko ist vollgestopft mit Schmerz- und Aufputchtabletten, muss von seiner Sucht kuriert werden. Jackson ist extrem sensibel. Häufig trägt er eine Maske vor dem Gesicht aus Angst vor Luftverschmutzung. Vor kurzem erst war Jackson noch in Deutschland, schien eigentlich ganz munter. Er besuchte das Phantasialand. Wenn er glücklich ist, so wie hier, spielt auch seine Gesundheit mit. Britta Schmidt-Häufgen hat ihn kennengelernt. Sie betreute ihn während dieses Besuches und zeigte ihm alle Karussells. Ja, er ist natürlich ein sehr zierlich gebauter Mensch. Klar, wenn man ihn vielleicht sieht, denkt man, er ist zerbrechlich. Aber hier vor Ort mit den Kindern und mit den Fans, die hier waren, war es eigentlich so, dass er sehr ausgelassen war. Und jetzt, wie fit er ist, das kann natürlich keiner von außen beurteilen. Aber wenn er von den Attraktionen runterkam, war eigentlich die Stimmung yippie und nochmal. Die zahlreichen Gesichtsoperationen gaben der zarten Gesundheit den Rest. Jackson immer wieder unter dem Messer. Zu viele Narkosen, zu viel Belastung. Und ich würde ihm vielleicht raten, dass er sich nicht mehr operieren lässt, dass das eine zusätzliche Operation vielleicht dann doch für das Herz zu viel wäre. Seine geplante Show hat Jackson gerade abgesagt. Er muss noch zwei Tage im Krankenhaus bleiben. Dort soll ihn sein Leibarzt aus Los Angeles für die nächsten Auftritte. Stellend Frank Kohls und die Meldungen des Tages. Immer noch große Sorge um Michael Jackson. Der Popstar liegt jetzt sogar auf der Intensivstation. Seit seinem Zusammenbruch auf einer New Yorker Bühne untersuchen ihn die Ärzte von Kopf bis Fuß. Heute haben sie bekannt gegeben, um Jacko steht es gar nicht gut. Er hat eine schwere Magen-Darm-Entzündung, Nieren- und Leberprobleme und zu wenig Flüssigkeit im Körper. Dem Sänger wurden zwei weitere Tage absolute Ruhe verordnet. Nur seine Frau Lisa Marie und seine Familie dürfen zu ihm. Derweil bekommt Jackson zahlreiche Genesungswünsche von Fans, die das Krankenhaus den ganzen Tag belagern. Sie hoffen genau wie seine Geschwister, dass es ihm bald wieder besser geht. ...einen kreischenden Fans einen Handkuss zu. Ärzte sind sich sicher, der 37-jährige Popstar soll von einem Virus dahin gerafft worden sein. Der hat sich jetzt aber wieder verzogen. Jacko wird sich jetzt erst einmal ausruhen müssen, denn er ist noch ganz schön schwach auf den Beinen. Deshalb ist wohl auch eine Mammut-Jackson-Show, die über 250 Millionen Menschen sehen sollten, erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.